Da entsteht ne Kuh und die macht Muuu So, Snape, Snape, Severus Snape, Dumbledore Das ist blöd So, dann haben wir jetzt mal so ein bisschen gedönschen, einfach mal ein bisschen weg einfach Das ist ein Eimer Das ist ne Lore Das ist, ok Ob ich mir irgendwann demnächst einfach mal wieder Zeit nehmen soll, das Siegler zu spielen Also das gute alte hier, was da grad so schön glippert Irgendwie find ich's doch immer wieder schön So, 10 mal Ein Heißer Kessel von Ein Kessel voller Heißer Liebe oder so Ich hab nur kalten Tee So So, wie weit Ich weiß es nicht Hab ich denn den Zaun, hab ich den Zaun noch dabei Eieieiei Immer ein Kessel Immer ein Kessel Und ein Tisch Ein Kessel Ein Kessel Und ein Tess Ein Kessel Und ein Tess Und ein Tess Und ein Tisch Und ein Tess Und ein Tess Und ein Kessel ja hier hinten ist eingang ja ist nicht mehr so gut wie zähl mit kasseler tasch hab ich dann doch hab ich doch 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 schon gemacht hat doch schon einen tisch ein 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 kessel an ein tisch gesessen wird nicht kann nicht nur stehern müssen sowieso stehern so wir sind ja hier aber da muss er rein machen so wenn wir jetzt ein bisschen hin und her laufen weil wir jetzt so einfach raus so ja was ist denn da ist denn das ja das ich glaube so nicht das ist doch quatsch lasst es sein ich habe ja gar kein blümmelchen mitgenommen ich will da noch ein blümmelchen mit den fackeln hier ja was ist denn das mit den fackeln hier so quatsch das war glaube ich auch nicht das weiß ich noch nicht ich glaube ich mache die fackeln hier und die selbe zwei abstand zwei abstand zwei abstand zwei abstand und da ist die die so ich habe auch immer noch nicht geguckt wie das mit den banner funktioniert ich werde es ach eines tages mal machen oder so ok auf jeden fall haben wir hier so ein bisschen zaubertrank unterricht ich war die dekoratione anbosses dekoration ja du bist auch dekoration ein ganzes dasein ist eine dekoration nicht aber ganz hübsch soweit ne hier dazu sein tisch und sein kessel und hier vorne hatte schnipp sein braustand und sein großes schrank seine vorräte an gifte oder nicht eigentlich wüssten die hier oben die hier oben genau die sind da die machen ja so keinen sinn mehr anders drum bauen so dann machen wir da lieber ein großes fach rein ich stecke im schrank fest ich musste husten tut mir leid und manchmal trage ich ein kleid nein mach ich nicht aber es halten sich gerade und das putz ich an und bunny 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 anxious wusste ich hab ich gleich er kann das ist ne wand Das ist ja allerhand, allerhand, der steht vor ner Wand. Brauchstanz. Ja. Ja, das ist ein kleines, lustiges, schönes Lied. Lustiges Lied. Ich mag es persönlich, dass ich wusste doch immer, dass es gibt. Lustiges Lied. So fängt die Rosenmontagsfolge an. Das war absichtlich, weil ich dachte erst, ich kann es. Ich mag dieses Lied irgendwie, das ist so. Ach, ich hab den Fortschrittspiel mit dem Feuer erreicht. Ja, das wusste ich. So, was wollte ich jetzt hier? Wer es weiß, hebt die Hand. Danke, ja. Wolle. Irgendwo in den tiefen meines Lagers gibt es doch die Wolle. Gibt es Wolle. Wolle gibt es grün. Wolle gibt es gelb. Leider nicht mehr. Finde ich aber schade. Denn wenn ich ehrlich bin, da hätte ich gerne noch ein bisschen gelber. Wolle. Denn so ein bisschen schöner, weißer, weicher und gelber. Wolle, toller. Das ist so. Das ist einfach so. Ich hab jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden. Ab und zu mal so ein bisschen wieder ein bisschen an. Bisschen, bisschen, äh, bisschen. Ich sag einfach noch zweimal bisschen, bisschen, bisschen. Oder nochmal dreimal. Bisschen, bisschen, bisschen. Bisschen. So, ähm, endlich mal wieder Zeit, um, ähm, äh, Dings weiterzumachen. Am nächsten Minecraft-Best auf. Ich konnte mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich hab's schon komplett vergessen. Diese See hier war ja mal komplett eingeschlossen. Das war ja mal ein unterirdischer See. Und genau hier bin ich mal verreckt von so einem scheiß Zombie, weil ich nicht mal rückwärts wegkam, nachdem ich so eine Kackhexe verkiftet hatte. Ja, ja. Es ist schon so lange her, dass ich das gar nicht mehr genau weiß. So, ich nehme jetzt mal ganz bewusst hier noch gerade mal den Satz gelbe Wolle mit. Das geht ja gar nicht. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Das steht aber so hier in der Anleitung, in, wo, wo, am Handy. Oder ist das hier einfach? Wo steht er doch hier? Ist die Anleitung falsch? Vielleicht muss auch... Das würde für mich auch Sinn ergeben. Ja, Schaf. Ich dich auch. Dann komm mal hier rein. Oder rum. Leicht. So. Auch nicht. Oder haben sie die... Haben sie die Banner wieder aus dem... Aus dem Programm genommen. Eigentlich doch nicht, oder? acontecauto1st. Also. Dann kommen私. Dann kam es einige t생 авgáığını. qualifying klatsch 1st. 아니면... ... ... ... Kanenehmer. serend Liste. lalala 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 ich fache einfach mal so ein bisschen mit der maus ja nicht nur am ende rum wühlen ob es den stand entfalten Gibt's am Ende keine Banner mehr? Haben die die wieder rausgepött? Haben die die wieder rausgeschmissen? Ich glaube da muss ich mich dahingehend noch mal informieren, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ah ne, nicht da drauf drücken. Jetzt haben wir in meiner Bastelanleitung steht das Banner. Das Banner ist ein Dekorationsblock, man stellt sie aus Wolle und Stöcken her und kann sie anschließend mit Hilfe von anderen Gegenständen mit Mustern verzieren. Ich bin ein Dekorationsblock. Ich bin ein Dekorationsblock. Das ist ein Dekorationsblock. Ich bin ein Dekorationsblock. Ich bin ein Dekorationsblock. aber es funktioniert nicht weil ich kann du scheiner taun die beiden können als brennstoff in den Ofen benutzt werden also da muss ich noch mal gucken da muss ich im Internet noch mal stöbern und probieren wenn das nämlich nicht geht das wäre eine ziemlich unangenehme Einschränkung eigentlich für meine Vorhaben ich nehme eigentlich ganz gerne hier hinten einfach ich hätte vor allem sowieso gerne in sämtlichen Häusern auch die entsprechend farbigen Banner dazu hier wäre ja grüner Banner mit, keine Ahnung also das belastet mich schon ein bisschen dass du das nicht ständig machst ich habe immer noch kein Fenster mitgebracht aber egal wie ich es angehe hier Stock mit Wolle, Stock mit zweimal Wolle oder so ach du Scheiße das ist verschwenderisch ach du Liebeslies das ist verschwenderisch gut ich muss nicht mehr nachlesen ich weiß nun wie es geht grünes Panner grünes Panner grünes Panner grünes Panner so der Tisch steht hier grünes Panner das kann man jetzt noch mit Sachen verzieren oder was ja nicht so definitiv nicht so oder 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 müssen wir das kommen wir nicht ne vielleicht vielleicht kann man das einfach nicht mit allem verzieren ja das muss ich jetzt auch nochmal nachlesen also zumindest können wir jetzt hier schon mal grüne Panner aufhängen hm 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 ja ja egal auf jeden Fall haben wir schon mal zwei schlischeren grüne Panner jetzt hier hängen ich hab halt jetzt viel zu wenig gelbe Wolle wenn das so so dire ist weil ich halt auch ganz gerne drüben bei den Hufflepuffs auch noch ein paar Banner aufgehängt hätte ich würde ja auch einen Dax draufmalen aber Dax wäre jetzt zu viel erwartet ja ha so wunderbar ich hätte ja auch überlegt hier zum Verstecken der Tür Banner über die Tür hänge aber so jetzt ehrlich gesagt macht nix aber hier sollst du das Bild vielleicht das würde sich gut machen dafür brauche ich mehr gelbe Wolle hallo Gott ist das teuer warum ist das schon wieder dunkel Bruder Bruder äh was haben wir denn heute Freitag mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm ich hab' klar damit überlegt ob ich jetzt die Aufnahmepause mache ich hab' irgendwie nicht so viel die Zeit weil es ist äh ja ja doch doch ich glaube ich werde es besser mal dabei belassen aber eh schon jetzt noch Gott wenn wir aber dann jetzt viel 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 Wolle brauchen wacke vieles zu einer Wolle huah ich hab' vergessen hier wenn ich mich an meine Wege halten die ich mir immer so fleißig überall hinbaue wenn ich mich überall runterfallen Wolle wir kürzlich erst gestorben waren da ist schon wieder einiges an XP zusammen 6 dann kriege ich noch einen Banner hin naja den mache ich jetzt noch den einen und dann müssen wir alle mal nachdenken ich hab' jetzt gerade keinen Crafting Table mehr einstecken wenn wir das eben schnell hier machen wenn wir das eben schnell hier machen Lass mich raus Lass mich raus So und dann das hängen wir jetzt noch schnell an und dann ist es gut für heute soll dann mal gut sein ich hab' bis die nächsten Tage aber noch Zeit genug da weiter zu machen Zweifelsfall so zack 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 wieder ab Drohne in den Keller und hin in den Gang und einmal rum und wieder zack abrakadabra Hallo ihr Hufflepuffchins ihr kriegt jetzt noch den 2. Banner hier auf die andere Seite des Bildes und das ist gleich schon viel cooler was cooles so und dann gehe ich aber gerade noch mal wieder rüber zu den Zaubertränken damit ich beim nächsten Mal auch direkt wieder beim starten sehe wo wir stehen geblieben waren warum ist es schon wieder Nacht keine Ahnung irgendwie es ist immer Nacht in Minecraft Land da muss ich auch mal anfangen drüber nachzudenken wo hier eigentlich die Schlüsse mit uns hausen das werden wir auch irgendwo tun so ja 3 Folgen haben wir gemacht heute und das Ergebnis dieser 3 Folgen ist dieser Zaubertranks Unterrichtsraum ja wenn ich für jeden Raum jetzt 3 Folgen brauche dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen wie lang das alles noch dauern könnte aber ich finde es eigentlich schon sehr gut als hübsch soweit ne hier auch der Snape hat seinen Trank hier hat er seine Vorrede und hier sind die Schüler das ist schon alles sehr knapp ne und es gibt viel Platz aber egal mit Kessel und allem gut Kessel Flicker äh bis nächste Folge bis nächste Aufnahme bis dahin äh gleich kommt Freitagsmechel guck Freitagsmechel ich weiß grad nicht was läuft aber es ist bestimmt lustig bis dahin tschüss bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020